Yo, ich grüße dich. Was geht? In dieser Folge wollte ich mal was ziemlich Lustiges mit dir teilen, was wieder zeigt, wie süß wir Menschen eigentlich manchmal sind. Und zwar in Situationen, wenn wir Probleme selber kreieren und dann für die kreierten Probleme Lösungen finden. Bestes Beispiel, ich gehe durch die Stadt und denke mir so, was gucken die mich da vorne so komisch an? Denken die an was Negatives gerade über mich? Sollen mich mal nicht so anglotzen? Und dann denke ich mir gleichzeitig, ich gehe jetzt einfach voll cool und aufrecht und mir soll es ja scheißegal sein, was die über mich denken. Und ich mache jetzt einfach jenes und dieses und das. Oder noch ein besseres Beispiel. Ich halte eine Rede vor irgendwelchen Leuten, bin nervös und denke mir dann so, ja was ist, wenn die Leute sehen, dass ich nervös bin? Scheiße, okay, was mache ich jetzt am besten? Ich versuche einfach aufrecht zu stehen, ich versuche einfach locker zu bleiben. Ich versuche einfach immer freundlich zu grinsen. Das heißt, seht ihr, was ich hier gerade gemacht habe? Zuerst kreiere ich das Problem. Was ist, wenn die sehen, dass ich nervös bin? Ich weiß ja gar nicht, ob die es sehen. Ich weiß auch gar nicht, ob die es schlimm finden. Aber ich kriege das Problem, was ist, wenn die das sehen? Ich kriege das Problem, ich darf nicht nervös sein, ich sollte nicht nervös sein. Nervös sein ist was Schlechtes. Und während ich es selber kreiert habe gerade, finde ich direkt eine Lösung dafür. Okay, ich muss jetzt das machen, ich grinse jetzt nur noch. Ich versuche einfach selbstbewusst auszusehen. Weißt du, ich kreiere mir selber das Problem, um danach für das selbst kreierte Problem eine Lösung zu finden. Und im Publikum sitzt vielleicht gar keine einzige Person, die überhaupt sieht, dass ich nervös bin. Oder wenn sie es sehen, dann denken sie auch, ist ja nur Mensch, ist ja nur normal. Ja, ich weiß es ja auch nicht mal. Das ist so lustig, wie wir manchmal selber Probleme kreieren und gleichzeitig dann noch für das ausgedachte Problem eine Lösung suchen. Weißt du, was das der beste Vergleich ist? Das ist ungefähr so, als wenn wir uns hinsetzen, ein Bild von einem Monster malen und vergessen, dass wir es gerade selbst gemalt haben. Und dann hängen wir es an die Wand und jeden Tag, wo wir vorbeilaufen, erschrecken wir uns davor. So ungefähr ticken wir manchmal. Ziemlich süß, oder? Das ist so... Oh Gott, das ist immer so crazy, was ich oder auch meine Coaching-Klienten für Glaubenssätze haben. Und du denkst so, oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Aber ja, also erinnere dich daran, das Monster, was bei dir vielleicht manchmal an der Wand hängt, wo du dich manchmal erschreckst, vergiss es nicht. In nahezu neun von zehn Fällen hast du es selbst gemalt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen entspannten Tag, Bro. Peace. 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 Peace.